ich sehe nicht gerade aus rechts rechts links nicht nicht rediger und wissen links dreh nach rechts ja bei darunter gucken und laufen links vorne links laufen sprengt springer im himmel auch weiter runter 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 ja ja auch hoch 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 ich weiß nicht ja dann fix ihn ist nichts hier wenn wir die runde kriegen ja noch mal streich kreuz im kalender dass die wieder zu wieder wieder ist denn das? Was? Hä? Wo? Ich sehe.. Was für ein Bein? Der das hier durch die Wand guckt. Ah! Da ist ein Bein! Ach! Ach! Das Ding! Ja, ich tat's mal kurz in den Spinnenweben... Du Hochgebe! Walla, du kleiner Nutzen, ne? Du bist in der Fiesstu, Junge! Weil ich dumm bin. Jetzt steht hier oben einer. Show yourself. Laserpointer. Was kann ich sagen? Da. Was? Kommt da durchs Loch, der Laserpointer. Da hat der von draußen vielleicht reingelasert. Ja, toll. Hey, bitch. Show yourself. Hat er was gesagt? Nein. Oh. Hey, ein Skeff, oder? Bro, I just need some extracts. I'm not here to fight. Also, ein Bär kann das ja sein, ne? I don't understand, sagt er. Der ist da so ein bisschen schräg... Schräg... Ähm, nee. Friendly, Suka. Okay, Suka. Okay, Suka. Er rennt weg. Ja, wie texas. Wir gehen zum Dorf. Wir gehen. Wo gehen wir? Hier? Hier hoch. Hoch und weg. Ah, doch bin ich nicht. Friendly, Suka. Okay, Suka. Okay, Suka. Okay. Geht. 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 Geht hier mal looten, oder was? Hm, guck mal rein. Why not? Ich bin eh literally auf dem Weg. Weil es einfach 13 Minuten ist und wahrscheinlich schon jeder Skate hier dreimal war. Nein, 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 nein. K ist raus, hier will keiner her. Den... Ja, guck. M4. Möp. Ach, war ich karrt, Alter. Soll ja keiner wissen, dass ich meine Little Pony Pornos gucke. Das wird geklippt. Hast du was gegen fette Chaias? Illegal oder Rave? Ich habe generell was gegen fette Menschen, weil die denken, die werden glücklich. Wink, nein. Ja. Weil die denken, die werden glücklich. Und die Dünne hast du alle ihr Leben, oder? Ja, Menschen. Es gibt wahrscheinlich mehr fette Menschen. Fingere! Was? Ich schaff's. Na komm, nehme ich direkt die Granate. Bitte nicht. Ist hier gerade ein Schuss eingeschlagen? Alles cool, ne. Ich warte, bis er wiederkommt. Und dann werfe ich eine Grasen auf ihm. Ich dachte, ich habe hier so einen Dumpf eingehört. Es wäre ja ein Schuss eingeschlagen bei uns. Ja, wo? Okay, sind mehrere aus uns da. Ich gehe auch ein bisschen näher ran für den Wurf. Digga, jetzt zieh... Steck dir das Wind weg. Nein. Hier kommt gleich irgendein Typ, Alter. Ich werde weggesprayt, während du in der Nath in der Hand sitzt. Hier rennt was, hier rennt was. Geh noch neben uns. Den hast du, nice. Gut, dass du nicht die Nath in der Hand hattest. Du scheiß, Gecko. Hallo, alles easy. Wir warten. Da ist er, da ist er. Oho. Er walkt zum Medic Table. Medic Table zählt. Nach links. Ist, glaube ich, ein einziger. Er walkt da. Was macht der Typ? Ist ein 2, ist ein 2, ist ein 2, ist ein 2. Okay. Einer Headshot. Zwei Headshot. Oh! Oh! Ich dachte, ein Scope ist ein Silencer, hä? Ey! Ich dachte, ein Scope ist ein Silencer. Will nicht drüber reden. Echt. Ich würde da nicht sparen werden. Ich mach die Maule. Ja. Oder Carbon ist da. Ah! 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 Ich hab' gesagt, Jonas meint, mach kurz ein Scope-Frighten. Vielleicht macht das einfach. Der wird nur saurer. Vielleicht macht das einfach und ist dann nicht mehr. Keine Ahnung. Ähm. Er hat mir geantwortet. Ich meine, er kann sein Maul halten. Er ist gerade von so'n... Von so'n, ne? Orange-gelben Apfel zu so'n grünen Apfel geworden, glaube ich. Digga, der hat den grünen Apfel komplett übersprungen, Digga. Der ist Incense-Solimette geworden. Wo kommt der denn her? Digga. Tritt hier einfach einer gegen die Tür. Fuck, boy. Ich will ja gucken, ob die Nutten da drüben sind. Glaube ich nicht. Ach, wenn die den Jungen hier sehen. Dann sehen die den Jungen. Da, er rennt nach rechts unten. Ich hab'n gesehen. Unfassbar. Ich seh' dich, ich seh' dich auf jeden Fall. Da bist du. Und da drin ist ja was, oder wie? Hier drin war irgendwas, ja. Weil ich halluciniere wieder. Kann auch sein. Aber ich lögler, hält Ausschau für dich. Da unten. Oh. Hab' einen. Ah, ja, perfekt. Ey, ja, mein... Ich bleib' hier. Dorms wird gerade angemacht, Dorms wird angemacht, Dorms wird angemacht. Junge. Jetzt gerade? Ja, jetzt gerade, legit. Jungs, wir geh' da hin. Jetzt. Wir nähen da alles. Kannst du da nicht hinstilten, weißt du? My ass, Junge, ey. Gut. Wir schaffen's niemals safe, äh, rechtzeitig dahin, Jungs. Ja, klar. Wir haben eine Minute Extract-Zeit. Slow, sie wieder. Hast noch einer? Hab' einen. Nice. Ja, Jungs. Wer hat's gesagt, hm? Ja, Jungs. Kranke Elici. Da hast du den Magener und Clay gerade gesehen. Ja. Ja. Ja, und die gewinnt das. Ticker. Ich wusste... Es ist so... Es ist so gut, einfach. Den hat er geschmeckt, glaub' ich. Ich spiel' Kane-Ion? Äh, genau. Ich bin aber komplett gewonnen. Ich bin Kane. Kane. Das hat Kane gesagt. Nein, ich hab' Kane gesagt. Er hat, glaube ich, ich spiel' Kane-Ion? Nein, ich hab' Kane gesagt. W-W-0. Was?! Okay, jetzt fand ich was... O, Junge! Oh, waj-ho-ho-ho-ho-ho-ho, wir haben nie gelacht! Und ich liebe dich. Ich liebe dich. Du wirst mich nicht deine fetten Klöten saugen. Okay. ok 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 na 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 die questions gehe ich jetzt noch monstern weil es fun haha ist ich kauf jetzt einfach nichts und je nach dem welches augen und ich kriege ja sonst kauf doch einfach mal irgendeine andere seite was du eh kaufst es ist ja entweder full ad oder heal ich kann ja nicht inzwischen den kaufen das ist true we lose one round right who cares ey wir gewinnen das trotzdem auf giga chat let's go perfect game ist eh boring oh mein Gott der ist so mad ja oh mein Gott oh mega lol I can't alter was ist denn das ich hab kein item haha 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 auch auch es ist es ist das ist wie das hier es ist Oh, he makes it out alive. Ich weiß, das Kanky braucht noch mehr Shutdown. Pfff, NEEE! Ohhhh! Nein! Nein! Ja, bitte. Yeah, we go. Oh, we go. Oh, Blue Card. Es ist jeder Spieler hier gerade hart cringe, Digga. Was ist das? To make it out alive! Katharina Gaming. Katharina Gaming. Ohhhh! Hey, noooo! Okay, aber... Der Reiss ist es. Oh nein. Der Mauker ist es so hart. Watch me, watch me, watch me, watch me! Komm, komm, komm! Okay, okay, okay! Jawohl, jetzt noch ein Shutdown, dieser Mira! Ich bin Starlingman. 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 Das ist ganz groß. Ich bin Starlingman. Ich bin Starlingman. Ich bin Starlingman. Hast du gerade eben geredet? Ja, ich glaube. Keine Ahnung, Bro. Hilfe! Nein, hast du nicht. Oh. Danke. Ich bin Starlingman. Da links, da links, da links, da links! Guck ihn. Hey, was soll hier sein? Der verfickte Stalker. Was soll hier sein? Hey, ich guck nach links, da ist legit gar nichts. Gar nichts. Ja, wollen wir den Propan-Tank, den hast du noch mit rausnehmen und gehen? Ehhh! Gutt. Wie heißt er? Wie heißt auf deutsch, digga? Der Waiter Ja... Ja... Ke klappen. Ne? Kellner, oder so. Der Kellner, ja... Viere beide zu garstream in die LGA. Was, Jonas? Ich sagte Tut, ich sagte Tut, ich sagte Tut, 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 hörst du nicht die Regenwürmer Husten Floh, na ich krieg sogar beide mit Mageplot, was, Mageplot, 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 nein ich hab Alt gedrückt Mageplot, 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 Loil, Loil, Loil T-Posing ist so stark in diesen Gegnern Mirror of Calandra, Mirror of Calandra, Mirror of Calandra Was, was? Mirror of Calandra Wo? Haa Hallo Danke, Leil